Die Sendung wurde live untertitelt. Unser Chef hat eine gute Verdauung. In Frankreich hat er die Juden gefressen, hier frisst er die Neger. Sind Sie in Geschäften unterwegs? Ich bin grundsätzlich immer an Geschäften interessiert, besonders an Guten. Seien Sie mal nicht traurig, Riviera. Die Murmen gehören uns. Und ich bin beauftragt, die Steine wieder zurückzubringen. Drei Millionen und nicht ein Franc mehr. Mein erstes und letztes Angebot. Haben Sie noch endlich begriffen? Was begriffen? Diesmal haben Sie verloren. Eine Schlacht entscheidet keinen Krieg. Hübsch gesagt. Stammlich von mir. Das weiß ich. Aber diesmal fehlen Ihnen die Alliierten. Langsam verstehe ich, was los ist. Severin hat abgewirtschaftet. Sydney hast du satt. Bei mir lohnt es sich, weil ich die Steine habe. Gute Partie. Aber du bist ein Flittchen. Bei dir lohnt sich der Kapitalaufwand nicht. Es wird immer Krieg geben. Ihr braucht nur zuzugreifen. Schließlich, warum nicht? Es muss auch eine Gelegenheit geben, die Waffen auszuprobieren. Und, meine Herren, ohne euch Kampfhähne, gäbe es ja auch keine Möglichkeit, am Waffengeschäft zu verdienen. Ernst ist doch. Ihr bildet euch wohl ein, weil ihr mal Helden gespielt habt. Ihr könnt mich anführen, ne? Aber als Gauner seid ihr anfänger. Ich muss es ja wissen. Ich mache seit 20 Jahren. Ich mache seit 20 Jahren.